Wie baue ich mir eine Rüstung? Ich weiss es nicht mehr. Es ist gelb in der Mitte. Paddy mit seiner Diamant-Rüstung. Oh, gelb ist in der Mitte? Oh nein, er hat eine Eisen-Rüstung jetzt. Ich gehe in den Ankampf in die Mitte. Ah nein, er hat gar keine Diamant-Rüstung. Entschuldigung, das ist sein Skin, den er so scheisse ausgeht. Hat er einen Eisen-Rüstung? Nein, nichts. Da in der Mitte, komm auf, weil ich brauche Hilfe! Ah, die haben alles! Ja, ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin runtergefallen. Komm rein, komm rein! Dann rennt der Feige davon! Pass 23. Ich gehe in den Krieg. Ja, da liegt alles noch am Grischemach. Wo ist der Bremen? Der schaut sicher auch noch. Irgendwo in einem Loch drin. Ich habe mich auch immer gehört. Was machst du da unten? Rudeln! Ja, es geht schon lange ums Campen und ihr sitzt genau da unten in die Blauen. Ja, was will ich campen, wenn ich nichts habe? In welchem Land sind denn ihr? Schnee? Nein! Nein! Nein, nein! In welchem denn? Also die Blauen sind ein Pilzbio. Sind wir in Pilz gewesen? Nein, wir sind... Ah nein, ich bin grün. Ja, ich bin in St. Ackertack. Die haben sich einfach Häuschen gebaut, die Blauen. Die haben noch feig gemacht. Ich weiss nicht, welche Farbe du bist, Bremen. Gelb. Auf welchem bist denn du? Schnee. Er ist Schnee, gelber Schnee. Ah, da unten sitzt er. Ich muss es so machen. Es kommt dann ein Blauer zu dir, Bremen. Nein, schon. Ah ja, ich bin beim Rhein. Er hat einfach Goldschuhe. Ich sehe, wenn du da oben laufst, da oben ist einer mit dieser Mann, ähm... Wie der Drehwelt da unten trägt. Wir sind da schön spitze. Wow, 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 fuck, 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 fuck! Ich habe gesagt, das ist ein Scheisspiel. Ja. Das ist ja wirklich einfach etwas, ey. Also, ich bin jetzt da einfach mal irgendwie sehr... ...relativ lange mal im Buddle, bis ich mal überhaupt mal ein Item gefunden habe. Ja, das ist voll dumm. Ja, cool wäre es, wenn sie einen Team machen würden, weisst du? Die meisten machen halt alle Ego und helfen einander nicht. Das ist das Problem. Ja, wenn einander helfen würde, wäre es ein bisschen einfacher. Ja. Ja, sicher wäre es einfacher. Wenn man einmal zu dritten... Wenn man einmal zu dritten... Wenn man einmal zu dritten, wäre es voll egal gewesen. Ja, das ist ja geil zu sein. Ja, das ist ja geil zu sein. Er ist einfach... Er ist in einem anderen Team, die nachher gesagt haben, ja, ich mache jetzt Kamikaze und nicht alle von seinem Team killen. Ja, wir haben gar nicht die Luft gesprungen. Hoppala! Hoppala! Ah, sonst lebt noch einen roten und einen grünen lebt noch. Nein, blauen auch noch. Ja, dort lebt noch sechs. Blaue lebt noch mehr. Wer? Wer? Wer von uns lebt alles noch? Ich komme gleich wieder. Ja, dann können wir rausgehen. Scheiss auf die Parkour. Nein, jetzt warten wir zusammen. Ich komme gleich wieder. Ah, er ist raus. Ja, es ist eh. Habt ihr einmal auf die Tour geschaut? Ja, was? Es ist erst... Fünf. Ist ja noch früh, ja. Eben. Ja, eigentlich. Komm noch, wir müssen jetzt noch früh aufstehen. Ich muss morgen wieder früh aufstehen. Ja, noch eine Runde im Block. Komm. Es ist Freitag. Es ist Mittwoch. Es ist Mittwoch. Ja. Ähm. Ja. Ich hatte zwar heute Freitag, aber trotzdem. Ja, super. Nichts gesagt. Gell? Gehen wir mal. Ich war die ganze Zeit da rum sitzend und langweilig. Aha. Ich habe gemeint, wir sind den ganzen Tag eh mehr beschäftigt. Ah. Wo sind denn die Einzelnen? Ah, da ist einer. Ah, ist der da noch ein Lobby? Es war ein Viertag im Kanton der Schweiz. Hei, er hat schon schön. Ja. Ähm, du solltest noch Lobby 20 kommen. Prime. Und Sam ist auch wieder zurück? Nein. Er ist aber Lobby 20. Warte, ist er gerade automatisch da reingekallt? Genau. Schau, komm da. Der Leberjump und ich will sehen, wie weit du kommst. Ich glaube nicht mehr weit. Ich habe den einmal geschafft. Gerne. Du kannst keine Pause machen. Du musst alles durchjumpen. Ja. Ja. Ich habe ihn vor langer Zeit einmal geschafft, mein Kollege. Aber voll dumm. Für so einen schweren Jump in der Anker ist gerade noch 1'000. Ja, und für Eifach habe ich... Für eine Liebte hast du 4'000 gekriegt. Ah ja, für Eifach habe ich noch geschafft. Oder 2'000. Ja. Ja. Ich kann es gar nicht sagen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Bla, bla, bla. Ah, was ist jetzt los? Ah, er ist da. Immer zu weit. Ich werde das zurückgepackt. Jedes Mal. Ah, Alter. Ja, das ist, wenn es zu lange wart ist. Nein. Hunter, Hunter. Heider mit Hunter. In your face. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-schöne Ding. Schnellsblaue Schafe. Schnellsblaue Schafe. Hä, jetzt bin ich wieder rausgekalt. Nein. Nein. Jetzt und da. Sind wir alle rausgekalt, ha? Ja, ich auch. In dem Fall sind die X reingekommen. Gut. Was wollen wir für ein Spiel? Martin muss nach dem letzten noch. Komm, machen wir das mit der Schwein. Schwein? Wie heisst das? Rausenpuffen. Ich weiss nicht. Ähm, Bacon Brawl. Bacon, Bacon, Bacon. Das ist mir gerne. Wow. Ja. Vor allem, wenn der Sandroch schon nach springt. Aber ich glaube, dass kannst du nur ab und zu ein Mixed Arc Trail. Ja, da kommst du nicht einfach rein. Nein. Ah was. Aber wir könnten mal Paintball spielen. Super Paintball. What's that? Ja, Machine Gun. Rot, 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 rot. Ich bin jetzt gar nicht drin bei euch. Sicher bist du drin. Nein. Oh Mann, wo bist du denn wieder? In der Lobby? Dann bist du nicht Lobby 20 gekommen. Dann klick auf das Männchen. Auf welches? Ja, auf den Paintball. Und dann klickst du einfach, wo genau... Dann muss ich Party live drücken. Nein, muss ich nicht. Ach, dann gehen wir alle noch mal raus. Oh Mann. Immer die Zürcherin. Nein, ich hab doch geschnoren. Hey, jetzt strengen euch an. Einer Bündnerschaft. Nein, ihr habt auch nicht geschaffen. Okay. Nur im Zürich, der Gärtner. High five. Ja, du bist entschuldig. Du bist Bündner. Du bist auch nicht zufrieden. Das ist auch nicht zufrieden. Du Schwickerschaftsseger. Sind alle da? Ja. Kann ich reingehen? Ja. Aber in der Leerlobby? Ja. Ich habe keinen Plan, was sie haben. Aber ja. Sind alle da? Ja, ja. Oh, Paintball. Machine Gun. Jetzt alle ins roten Team. Alle ins roten Team. Ja, dann haben wir die Chance, dass wir alle zusammen sind. Gut, dann gehen wir ins blauen. Ja, wenn jetzt alle aufs roten klicken, sind wir die Einzigen, die da sind. Dann können wir sicher alle drei. Ja. Aber ich bin immer im Gegnerischen Team. Als fehlend einfach nur zwei, bevor es anfängt. Ja, ja. Aber das kann jetzt bis zu Jahren gehen. Nein, nein. Das geht meistens bis zu Jahren. Bis zu Jahren? Das gibt aber eine lange Part, ey. Ach, das kann man ausserschneiden. Prima. Machst halt ein Part, ein Monat, oder? Ja, ja. Ein Part. Wir warten. Wir warten immer noch. Wir warten. Wir warten immer noch. Weisst du wie lange? Ja, ja. Wir warten gleich das Bild einblenden. Waiting for players. Und dann gehen wir auf. So. 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 Okay. Good. Oh, dass man jetzt einfacher wird. Oh! Let's live! Let's live! So geht's! Boah. Jetzt werden zu normal spielen, okay? Yearmore! Ist der Fall? Ich habe die Open- Russen Kwaki, oder? Ja. Ja, ich bin doch tenurerä Cour Dash. Wilson, was hört sich fast anler in der Sp태? Das ist das Einzige, die es gekauft haben. So zu uns kriege ich kein Geld aus. Nur kriege ich das Geld nie mehr zurück vom anderen Galerie. Nein, das hast du vergessen. Komm auf Klarus. Ich bin letztes Woche zweimal in das Glanlang gefahren. Es reicht. Ich weiss, einmal war ich im Bündnenlang, als du gekommen bist, und das andere Mal war ich im Spital. Gehen wir einen neuen Server? Äh, neue Lobby. Neues Spiel. Meinst du, kommt keiner? Nein, ich lasse nicht. Ihr wollt uns nicht. Die haben etwas gegen so viele Ultrasen. Wer ist für Rusa? Schreib in den Chat. Nicht. Ich mag doch nicht in den Chat schreiben. Das ist verdammt anstrengend. Nein. Nein. Was ist denn Samkra? Mehr. Samkra will noch mehr warten. Mehr. Schipper, jetzt ist einer gekommen. Jörg, wir haben keine Zeit mitgeblieben. Mäh. Das ist genug Gras. Gehen du, fang. Ja, du darfst schon fressen. Das ist ganz gut, Kätzchen. Du darfst fressen, das ist ganz. Du darfst fressen, das ist Gras. Das andere weiss, was es heisst. Hey, das ist Werbung. Acht, jetzt sind wir zu achten. Kennst du den? War das nicht traurig? Ja. Geht doch ins Blaue. Geht ins Blaue, ihr Idioten. Jetzt kommt bald das Neuedon. Idioten. Alle Blaue. Jetzt kannst du schreiben Welcome bei Youtube. Du siehst, das habe ich immer geschrieben. Alle Blaue. Ich glaube kein Blaue. Alle. Ultra. Blaue. Welkommen. Ah, scheiss in die Art P mit der Schreiber. Ja, P was ist das? Oh Mann, hey. Wir gehen morgen mit ihrem Aufklärungsunterricht in der 2. Klasse. Paul, was ist mit Madminer da hinten? Was ist mit dem nicht recht? Nein, ich bin in den Blauen. 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 Ja, wir können es halt. Bremen, wenn einer ein Skelett ist, musst du ihn mit deinem Getränk wieder heilen. Aber nur wenn du einen blauen Namen hast, kannst du das Wasser auf ihn holen. Ja. Und dann ist er wieder gerettet. Lauf. Also bleib schneller in der Nähe von einem. Lauf. Lauf. Ich bin tot. Ich bin tot. Schnell du mich halt. Bremen, wirf mir eine Wasserflasche nach. Danke. Er hat dich gut. Ich gehe für einen Shotgun. Ich habe einen mit einem. Nein. Kannst du mich halten da vorne? Ich bin gerade vorne. Nein, kannst nicht. Ja. Ich bin gewonnen. Ja. Ich habe gerade den anderen gekillt. GG. Der Bremen hat mich wieder verlebt und dann habe ich schnell den anderen abgeschossen. Danke Bremen. Danke. Es ist am Anfang extrem komisch. Also ich nehme nochmal die Shotgun, weil die ist relativ geil. Grün, grün, grün. Ja, alle stimmen alle fürs Blauen, würde ich sagen. Jetzt habe ich schon rot. Ich auch. Ja, ich auch. Cheater, cheater. Ich bin im Neten. Ja. 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 Alles Asilenta. Alles Asilenta. Du musst den ganzen draufklicken bis... Jetzt kann noch einer gehen. Warum muss ich auch noch einer? Mäh! Ich habe zweimal YouTube-Ele-Streibernet von You can't repeat the same message. Aha. Das geht unter Spam. Ich brauche gelegt. Es kommt immer noch nichts. Ja. Warte mal. Geht das auch? Ich weiss, warum darf ich nicht mehr schreiben? Oh, dass sie es auch haben. Was du brauchst. Was klickst. Warum? Ja. Hey, wie heisst dein Kanal? Grischenbock LP oder A? Schau. Ja. 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 Oh ja. Oh ja. Das H ist nur als Verstärkung vom ADO. Nein, ich kriege schon Bock LP. Aber es ist gleich. Ja, die finden es aber so. Es gibt Werbung. Alles gut. Was muss man jetzt da machen? Hallo. Wir sind fast alle im gleichen Team. Yeah. Okay. Red for the win. Du musst mich wieder wiederbeleben, he? Muss ich. Ich denke in Russia. Ich bin am Raschen. Was hast du jetzt dafür hingeworfen? Red for the win. Ah, das war ja du. Dam, 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 bam, 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 bam. Nein! Ich bin tot. Kann mich einer wiederbeleben? Hallo. Bremen, wiederbeleben. Wo bist du? Äh, vor dir. Okay, ich bin schon wiederbelebt worden. Ja, unser Team ist scheisse. Das scheisst doch keiner mit. Ja, genau. Hilf mir. Werf dir die Waffenflasche. Genau. Danke. Ähm. Lecker ist dir. Ich bin vorne, Bremen. Ja, ich bin vorne. Du hast keine Chance zum... Ja, ich bin weiterfüllen. So. Hilf mir nochmal, bitte. Ich habe keine Flasche mehr. Scheisse, Schatz. Kannst du mir helfen? Ich stecke da hinten fest. Dann lauf weg. Bremen, ich brauche nochmal wiederbelebt. Ich habe keinen mehr. Nein. 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 Ich habe keine Flasche mehr. Es ist nur noch zusammen. Ja, ich habe keine Flasche mehr. Es ist nur noch zusammen. Wir sind alle dort. What? Ah, der Bremen ist der Tor. Der Bremen ist auch von hinten. Der Bremen gewonnen. Bei euch ist auch nur noch einer gewesen. Der scheisse Hellraiser hat doch alles umgenütet. Dann bist du gut, den habe ich auch wiederbelebt. Was? Der Hellraiser? Ja. Nein, jetzt soll er sterben lassen. Der Bremen hat uns einfach immer wieder wiederbelebt. Blau. Blau. Blau, blau. Da ist doch besser, Sandro. Was? Was ist besser? Da, Grischa... www.youtube.com/.grischaoboc Nein, das ist mein Privatkanal, ey Idiot. Riffle, riffle, riffle Mann, du bist das dümmste Brat, das eh rumgelaufen ist. Kennst du Bernd, das Brot? Das ist Schleuer, also du. Aber wenn jemand nass ist. Dann lässt er gleich flutsch nass schlauier. Nein, wie heisst dein Kanal schon wieder? LP Grischenbock. Okay, warte, dann schliessen. LP. So, besser. Oje, Emine. In Bern. Vor allem schliessen auf Schweizerdeutsch. Und das sind Ausländer. Hallo. Wie ein Bruder? Tag. Wer kann ich nicht? Verstenken. Verstenken. Komm, verstenken, den Hohra-Chouch. Wir sind alle im gleichen Team. In Bremen ist auch da. Ja. Ich bin bei dir, Margot. Ich brauche eine Wiederbelebung. Was, ich brauche eine Wiederbelebung? Ja, er stirbt einfach immer, darum. Ja, ich gehe immer rushen. Hellraiser ist auch da. Einer ist tot. Ja, ich bin hinter dir. Ja, ich bin hinter dir. Ja, ich habe auch gesehen. Ah! Ja, wir gehen einfach zu dritt. Dass sicher keiner stirbt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wir sind einfach volles Team. Alle gleichzeitig rumlaufen und schiessen. Oh, wir haben einen. Cool. Stoss. Schiess. Ich habe einen. Zankra. Ja, ich habe ihn. Yeah. Er war im falschen Team. Ich musste niemanden wiederbeleben. So komisch. Wir haben einen abgeschossen. Wir haben einen abgeschossen. Und da muss ich gleich die Maschine auswählen. Ich habe es vergessen. Blau, 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 blau. Schnell. So ein Problem. Rennt ihr Schlampe, rennt. Ich bin auch blau. Run, bitch. Ich bin nicht blau, glaube ich. Ich bin blau. Join in Frost Team. Ich auch. Ich bin glaube nicht, ich auch. Der Blacky ist wie der Rot. Ja, das ist klar. Ich komme jetzt ganz in eurem Team. Ohhhh. Es ist Zückerli. Es ist voll, ne? Ja, du bist auch voll, wenn du zu viel saufst. Ich gehe jetzt am Ende drachen. Ja, bring dich um. Hauptsache, wir sind jetzt wirklich alle gegen Marco. Niemand, der ihn wiederbelebt. Also haben wir eh schon gewonnen. Ja, ist gut. Wir haben vorher den Freeze-Killer wiedergeheiser. Der hat mich ein paar Mal wiederbelebt. Ah, ja. Ja, der, wenn der Freeze nicht. Kann gut sein. Warte gut sein. Oh, Mann. Hä? Baum. Baum. Baum? Baum. L.O.M.G. Ja, super. Kannst du Englisch? Hellrasser, aha, aha, aha. Scream. Er hat eine Pussy geschrieben. JP ist eine Pussy. Hallo, hallo, hallo. Oh, wir haben einen Hellrasser in unserem Team. Ja, den haben wir eh schon gewonnen. Der Hellrasser? Ich möchte aber einen Dunkelrasser. Wow, wow, wow. Hallo, ich bin hier in der Ecke. Ich bin tot. Hallo, ich bin tot an der Ecke. Ich bin tot. Du bist eh im falschen Team. Ich bin tot. Nein, der Samen ist bei uns. Ah. Und, dass er rauscht. Mann, red doch mal! Wir wollen gewonnen, wir wollen gewonnen. Wenn er gewonnen hat, wenn er so schon still ist wie ein Schaf. Also ich höre einfach ins Game. Ich höre überhaupt nicht mehr, sobald er rauscht. Nein. Nein, ich auch nicht. Ich bin jetzt Englisch von hinten abgeschossen worden. Ähm, gehen wir wieder alle blauen, würde ich sagen. Nein, es ist von hinten abgeschossen worden, aber gar nicht mitgekriegt, weil ich nichts gehört habe. Ja, 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 ja. Ich hatte den Scham abgeschossen. Ja, ich habe dich gehielt nachher. Ja. Was? Wir waren zu dritt. Wir haben auf mich geschiessen. Hallo. Wir haben mich über dich. Ja, das heisst, stirbt. Ah, was? No. Garfield. Im hintersten Loch, wir haben doch kein Englisch. Garfield. Nein. Aber Garfield. Der rekt doch so. Zum Glück verstehen die alle kein Schweizerdeutsch. Ja, das stimmt. Ja, da bist du nur noch froh. Verrreck. Enderseiler. Was? Enderseiler? Ja, du auch. Ender? Enderseiler. Enderseiler. Jetzt gehst du ja neue Metalbandseiler. Jo, 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 jo. Ich kann schliessen. Ich bin tot. Ich habe dich so mit der Shotgun. Ich kille dich mit einem Schuss, wenn ich treffe. Ich habe halt so einen Streuschuss. Ja, ich helfe dir gleich. Nein! Der war schneller mit dem Schuss als ich. Ich stecke ihn in Gang unten fest. In Gang unten? Ja, von unserer Base aus in Gang. Ja, ich komme. Da ist der Garten. Ich bin tot. Der ist auch von hinten gekommen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Du bist mich nicht gerettet, du Sau. Ich musste den Garten retten. Ja, hinter mir. Ich stehe da. Wir verlieren. Wir verlieren. Ja, nein. Wir sind das ausgewählt, Handa. Mit meiner Scheisse. Nein. Wir haben verloren. Der war echt fies. Die sind von hinten gekommen, die Rettene. Komm jetzt mal ins roten Team. Weil niemand erwarten würde, dass wir das roten gehen. Java. 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 Jetzt habe ich die letzte Runde. Komm, Marta. Falleinen auf psychologisches Auswahlverfahren. Woos. Let's runnen. So, jetzt bin ich nicht dabei. Mann. Mann. Warte, schau mal auf die Uhr, Mann. Oh nein. Willst du eine neue? Stell dir sie sogar zurück. Nein, ich muss die Schotten haben. Ja, scheisse. Wir haben zu Glück noch Maschine. Maschine. Ja, ich würde auch noch Waffe wählen. Ein Rett, was Alpeser sagt. Was? Ah, zu Glück hast du nicht mitgenommen. Ich bin auch rot. Egal, egal. Schiessen um euer Leben. Ja, ich gebe Marco über die Rückdeckung. Ich schiesse einfach den ganzen Tag. Ich kann ja Maschine gehen. Oh nein, von der blauen ist einer Cheater in der Luft oben. Ja, ich habe ihn geholt. Kann mich jemand heilen? Ich weiss nicht mehr, wo du bist. Wo sind sie? Hinter einer blauen Säule, fast am Anfang. Ja, dort wo wir sind, sind drei blauen. Oh, jetzt bin ich auch gleich gestorben. Für dich kommt einer. Ah ja, schau. Du bist so ziemlich allein, Marco. Ja, ich möchte mich bei den Arschern nehmen. Ja, ich möchte mich bei den Arschern nehmen. Ja, ich möchte mich bei den Arschern nehmen. So, fertig. Mag nicht mehr. Ja, ich glaube, wir beenden die Aufnahmen hier. Ja. Ja. Ich glaube auch. Also gehen wir alle in die Lobby 20, oder wie? Ja, gehen wir in die 20? Ja, gehen wir in die 20. Wir müssen uns verabschieden. Ja, ja. Ja, ja. Und schon. Ich bin im 20. Ich bin unter Arcade. Ja, ja. Was lügst du? Du bist Arcade. Arcade. Du bist fort und nicht unter. Arcade? Ich muss schon sehen, was ich mit Arcade meine. Der Schriftzug am Himmel. Ja, ich weiss. Ich habe jetzt auch gescheckt. Ich habe die Pusten. Ein bisschen lang gegangen, oder? Ich sollte es mal probieren. Nein, es geht nicht. Probier es, probier es, probier es. Es geht nicht. Nein. Ja. Nein, das haben wir nicht. Drei wird es um kurz zu verbleiben. Wirst blockiert. Alter. Das ist nicht mehr da. Mal da. Er steht dorthin und wirft mit komischer Bellen. Da. Ich habe ein Tempelgang. Ähm. Ich will noch mein... Minster Kühen. Und dann hole ich. Das wäre ein bisschen. So, dann hole ich auch meinen Hund. Oha. Ich hole meine Katze. Ja, dann wollen wir hören oder was? Nein, ich bin aus der Map geworfen worden. Wir gleich. Wer ist noch bei einer Runde dabei? Ich. Ich gehe. Also offscreen oder noch? Ich gehe noch aus. Ja, dann nehmen wir glaube ich niemanden auf. Aber offscreen... Wir gleich. Wir wiederholen mit zu fahren, aber wir gleich. Ja. Mal kommen, nehmen wir noch auf. Haben wir noch eins aufnehmen? Eins, zwei. Ich wäre nur froh, wenn wir... Ich mache jetzt aber schon einen Aufnahme-Break. Ja. Weil ich sollte dringend aufs WC gehen. Oh. Ja, das wollen alle zuschauerisch. Oh. Ja, sicher. Also, ich habe zwar... Für meine Reden, die wollen das glaube ich nicht wissen. Nein, glaube ich auch nicht. Ich berichte dann auch über den Grösse von euch. Aber einige haben ja die Grösse. Also, ich bin so dankbar. Ich habe so ein geiles Schneeprogramm, wo ich die einfach rausschneiden kann. Du kannst jetzt alles rausschneiden. So. Ich wünsche euch viel Spass dabei. Und Tschüss. Und... ... ... ... ...